Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elenring. Wer jetzt mal mal das blöde Kackfett besiegt. Und jetzt schauen wir mal weiter, was hier oben noch sonst noch alles ist. Ich meine, die Map ist ja noch ein bisschen groß. Ich glaube, ich glaube, jetzt mal die Straßen halt geradeaus und dann den linken Bereich irgendwie so. Muss mal gucken, ob man das Gebiet jetzt markiert. Bzw. eher einkreist. Ist das hier eine Höhle? Tatsächlich, cool. In der Dungeon. Die Hainhöhle. Oh. Hm, interessant. Letz' ich mal hin, damit wir ein bisschen wieder voller Mana haben. Muss das hier so dunkel sein? Zwei Wölfe, okay. Hoppala. Das war jetzt glaube ich nicht so geplant. Dann genau was noch anders, was man gesicht hat. Gesprungener Topf, okay. Warum ist das denn so düster hier überall? No one is a donkey crazy. Jetzt mal hier ist ein Boss. Besschen, was? Besschen, was? Besschen, Mensch, von Faram zu, 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 zu. Oh, bleib mal cool halt. Dann siehst du jetzt mal, ich mach mal cool, der ist stark. Ich mach halt sauglich Schaden bei dir jetzt. Das meine ich halt mit dem, du weißt nie in welche Richtung du jetzt gehen musst, wann, wo, wie, wann. Weil vielleicht war ich unten, was, die ganze Zeit unten, das Gebiet, vielleicht ist doch der Bär und alles zu stark war ich dazu vorhin gegangen und vielleicht hätte man zuerst nach Norden gehen müssen. Was ist das denn hier? Komischer Fusse. So ein Wollstück. Hm, na gut. Und, ähm. Hoffen wir erstmal hier. Guck mal, erst am Berg entlang, dann haben wir da einen guten Spot. Wenn wir uns hier umschauen. Wie, was ist denn das denn hier? Was sind die denn für Viecher? Okay. Jetzt haben wir mal welche Art Hive Neste. Das ist doch ne Turtel. Hello Turtel. Keine Sorge. Ich will nur gucken. Ich hab nicht vor, dich zu töten. Was? Ist das noch so ne Statue? Sieht, glaub ich, aus wie der andere. Ne, der andere Typ war anders aus. Der hat irgendwie die Hand so nach vorne geprüft. Doch, das ist derselbe, oder? Was ist das hier? Doch, das ist derselbe. Führer und Torrechte, all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Ja, das hab ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Ich glaube, wir sind erstmal da, wir kümmern uns um den und dann, äh, so ein Tier, hast du die Ecke noch und dann können wir uns unten um den, ähm, um den... Ich hab keine Mana mehr, da war nicht das. Und dann können wir uns unten um den Strand. Ich glaub, das ist natürlich dann ganz gut zu sagen. Wieso? Keine Ahnung, muss ich nicht verstehen. Da ist das Ding, wo der mich hin gelenkt hat. Ich mein, mein, unten war ja auch so ein Ding. Und da war auch eben ganz, aber es hat mir irgendwie auch nichts gebracht. Und da ist das eher so total mäßig. Sturmfuß-Katakumben. Hoppala, das möchte ich denn da werden. Was ist das denn hier? Achso, das ist die Uhrzeit. Ah, ist schon eine Zeit, da. Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdbaum. Ja, das ist richtig geil, dass das immer... Habt Geburnt, bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Thank you very much. Oh, ist aber schön hell hier. Denkst du, ich seh dich da nicht? What the heck ist mit dem denn los? Der ist ja richtig brutal drauf mit seinem Blutzer Splatter. Da muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken drauf. Ach, sonst bin ich... Na, kommt das Wasser nach rechts. So, dann nochmal. 음, okay. Hm. Hmm. Keine Ahnung. Vielleicht muss man die besonderen Fähigkeiten auch erst irgendwie sockeln oder so. Lass mich raten, hier kommen wir nicht durch. Das Gerät von, äh, schwer spät von einem Gerät. Das ist aber sicherlich nicht der Einzige, das ist nicht der Einzige. Das ist aber noch nicht der Einzige. Ich habe die Plume, hier. Das ist irgendwas, was Feuersprung ist. Denkst du, ich seh dich nicht? Eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit. Ich weiß nicht, was ich da ist. Das kann ich sagen, ich habe keinen Mann. Aber da ist doch noch ein bisschen Marke. Als ob ich so ein Affenmonster jetzt verreckt bin. Das ist ja mega ätzend. Voll unnötig. Oh, genau das mag ich nämlich nicht. Das war jetzt meine Schuld, dass ich gegen die Wand geschlagen habe. Aber die haste die Gegner halt nie gegenwände geschlagen. Das finde ich halt unfair. Aber ich meine, wenn ich gegenwände hauen könnte, dann sollten die das auch können. Das war jetzt nicht. Ich kann mich nicht mehr überwassen. Genau, ich kann mich überwassen. Alles, was ich alles bereit für mich? Sag, ich bin da. Ich bin da. Die Rebellion. Das war jetzt. Ich bin da. Wenn das war... Die Statue ist weg, wo sie hin? Warum ist die Decke? Okay, das hat gar nichts gebraucht. Da kommt halt einfach kein Bandage bei rum. Ja. Warum geht das runter? Warum? Ich verstehe es nicht. Verstehe ich nicht, woran das liegt. Getterboot! Ja, der Spell ist echt garbage. Du denkst halt, wow, cool, der haut ganz viele Schöße nach vorne. Schöße. Aber am Ende kommt da gar nichts bei rum. Ach stimmt, hier war ja diese hässliche Katze drin im ersten Mal von Anfang an. Die auch richtig scheiße waren. Und da waren so viele Kack-Ads dabei. Wollen wir mal wieder. Wo ist denn hier der Schalter-Ads? Kann ich das hier drin beschwören? Kann man nicht hier drin beschwören? Warum kann ich das? Kann ich das nicht beschwören, weil ich nicht genug Mahl habe? Nee, ich kann es hier drin einfach nicht beschwören. Aus irgendeinem Grund geht das in den Dungeons nicht. Das heißt, das funktioniert in der Open World, oder wie? Wo muss ich denn jetzt weiter, ganz ehrlich? Ich meine, hier ist kein Schalter. Das ist ja blöd, dass wenn du das dann nur in Dungeons zwischen on the way beschwören kannst. Ich meine, das scheint aber auch ja kein Kern. Ja, wo ist denn jetzt der Schalter? Nesken. Tja. Weil ich frage jetzt, ob es uns nicht beim Ende gibt. Jetzt auf jeden Fall kein Schalter. Da war er. Ich bin doof. Was ist denn hier? Scheiße. Ich war einfach nur ein zu hoch. Wenn ich den ganzen Scheiß nochmal latsche. Ätzend. Ah, das war doof. Das war nämlich nicht derselbe Raum, aber... Es gab mal einen Teil im Zukunft. Das hatte ich nicht gesehen. Hier ist der Schalter. Genau. Ich bin immer so frei, wenn ich jetzt immer hin, weil ich jetzt einfach keine Potions mehr habe, ne? Das tut mir mal ein bisschen weh. Das tut mir mal ein bisschen weh, das ist echt unangenehm. Das tut's... nicht schmerzenmäßig, sondern irgendwie so ein Stichen. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt bleibst du mich direkt zum Boss. Bitte keine Ahnung. Die hat ne Cave. Jetzt läuft sie. Schwachsinnskerze nenne ich das wohl. Asche der Zauberer. Kann ich die Katze beschwören damit, oder? Was? Oh. 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 Ich muss mal hinsetzen, damit ich noch meine Mana wiederkrieg. Danke verlassen. Das schreibt mir aber tatsächlich eindeutig irgendwie eher sowas. Das Zaubereradligen. Hier kann ich es wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das mit dem Beschwören. Also ich verstehe es nicht. Wer muss... Wer weiß denn in welchem Gebiet ich denn jetzt irgendwas beschwören kann? Ich geh jetzt auf jeden Fall runter zum Strand. Wo ist das jetzt? Ich komme ja irgendwo runter. Weil hier kann ich ja überall überall keine beschwören. Ich verstehe nicht, wie das mit dem Beschwören klappt. Oder sagt mir das jetzt? Ich kann ja nicht beschwören, weil ich gerade auf dem Pferd sitze. I don't know. Oh. 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 Ne, angeblich kann ich hier nicht beschwören. Aber warum? Ja, ich mach zu viel Schaden halt hier wieder. Ohh. есть yes Auszeit. Ich darf, dass du bestärker wärst, aber das ist schon mal nicht. Ich glaube, da leuchtet irgendwas. Was ist das denn noch? Da ist noch so ein Tentakelmonster. Ich muss mich halten, das funktioniert nur bei Nacht. Oh, wo ist denn der Nest liegender Punkt? Dann nimm mal den hier. Was ist das denn jetzt? Ja, ich weiß. Karesma bis zu Abend und dann könnte das vielleicht klappen. Zeit vertreiben bis Nachteinbruch. Jetzt geht's nicht, ich verstehe es nicht. Oder sind das tatsächlich nur Items? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht brauche ich ja tatsächlich ein Item dafür. Ich lebe hier nochmal vorbei. Denken kann ich mal komplett hinwehen, der kann nix. Jetzt kann ich beschwören. Ich verstehe es nicht. Oder geht das nur bei Nacht? Naja, ich kann gerade eben auch beim Tag nehmen. Jetzt geht's hier doch nicht. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich dachte, dass ich die hier vielleicht auch beim Tag sehe. Also bei Nacht. Aber vielleicht bei Regen. Ich meine, diese Tageszeiten gibt's ja auch mal. Die kann man ja nicht bestimmen scheinbar irgendwie. Keine Ahnung. Ist auch egal. Das ist aber schnell. 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 Ich muss versuchen. Keine Ahnung, was mit dem Monster da los ist. Komischen Tentakelfüßler, die auch nix gebracht haben. Die kann ich jetzt wieder beschwören. Wow. Das ist langweilig. Das ist ja auch noch ein Alter. Komm ich hier rüber? Auf der anderen Rinse? Das ist wegen der Nacht. Das ist aber auch kein Vollmodus oder sowas. Wodurch ich dann irgendwie rote Arme bekommen könnte. Und da ist irgendwo eine Höhle. Oh, ein Händler. Hello, sir. Keine Sorge. Der Rüstungsschmied ist okay. Erweitertes Handwerk. Okay. Ein Ortiz für wichtige Motionen. Lanschleimer. Steincapped. Oder okay. Ja. Lindert Giftbelastung. Und halt Vergiftung. Immer zahmer mit. Tschüss. So, was ist mit dieser Insel hier? Scheinbar nichts. Wir laufen mal hier. Ein paar weiter. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Da ist zumindest ein Jump. Das sehe ich gerade. Da ist ein irgendwelche Strandklimper. Ich bin schon mal weg. Das wäre ein Boss. Aber scheinbar nicht. Ich bin jetzt mal weg. Und was mache ich jetzt hier? Jetzt bin ich hier hochgehebt. Wasserböse. Scheiße. Ja, ist aber auch eine Steuerung, ehrlich. Mann, so ein alberner Blödsinn. 8000 Seelen sollte ich hoffentlich wiederbekommen, oder? Wäre geil, wenn ich die wiederbekommen würde. Aber muss ich auch ein Feld finden, um da runterzukommen. Hallo, Mrs. Turner. Was hat der denn, was hat der denn was geschmissen? Hier kann ich wieder nix rufen. Ich verstehe es nicht mit dem Rufen. Hier kannst du was rufen, da kannst du nix rufen. Auf die komische Insel darüber komme ich nicht. Die sind da oben. Das ist doch nicht mehr ernst, oder? Die kriege ich doch ein Leben da nicht wieder. Ah, tot. Ich lebe noch, okay. Das ist nicht so scheiße, wie es so ist. Aber ich komme da nie wieder dran. Ach so scheiße. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht mehr ernst sein. Als ob jetzt 8000 Seelen weg sind. Als ob die da auf halb 8 Uhr auf dieser scheiße... auf diesem Fick-Sims stehen. Kann doch lieber ernst sein. Mann! Ey, echt jetzt? Wo wäre ich da hochgekommen? Weil dieses dumme Fick-Pferd sich ja nicht bewegen kann. Fucking Mongo-Ding. Wie ist denn immer jetzt ein richtiges Fett? Was ist denn so hässliche Kackehörn auf dem Kopf? So, woher bringt mich dieser komische Scheiß-Sprung hin? Ach, so eine Kacke, ey. Ja, hier hoch. Ganz, ganz kurzes Kino. Arschloch-Pferd. Ja, scheiß drauf. 8000 Seelen, ne? Zwei Bosse oder sowas. Scheiß drauf. Hier wäre das auf den Sack. Da wäre das irgendein komischer Baum, der beleuchtet ist. Weil das mache ich mich jetzt wütend. Das nervt mich jetzt richtig hart. Vor allem, es nervt mich, dass ich gestorben bin oder sowas. Es nervt mich, dass es wegen so einem Blödsinn ist. Weil der Charakter da irgendwie auf so einem Scheiß-Sims landet. und dann irgendwie die Seelen auch da sind. Warum sind die Seelen nicht da, wo ich das letzte Mal Land berührt habe? Das nervt. Und Platz da. Das ist jetzt hier aber scheinbar nichts mehr, ne? Hat noch irgendwie so ein Scheiß-Ding. Jetzt, das nervt mich richtig. Das nervt mich richtig toll. Oh, geht mir das auf die Nerven? Zauber. Der Scheiß weg, der Scheiß rein. Ja, gut. Ich sage euch immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.